Das dritte Flash-Game kennt bestimmt jeder von euch, Yeti Sports, bestimmt schon öfter mal gehört und gesehen auf YouTube oder im Internet, vielleicht auch mal selber gezockt und wir spielen jetzt Part 1, Pinguin Throw, also den Pinguin White Wolf sozusagen und ich mach jetzt hier einfach mal Play, so ihr seht da oben den Pinguin und den muss ich treffen, jetzt muss ich einmal drücken und dann BAM, okay, das war nix, Fail! 300 Meter hab ich geschafft, ne, ne, 289, nicht so toll die Leistung grad, juhu, boing, okay, so sollte man den Pinguin auch nicht schießen, ja, so fliegt er auch nicht weit, Boing! Das war fail, hey, mach mal, wir kommen fail, hey! 0 fail! Boing! Boing! Tittitt! 207 Meter, also so Treffen bringt auch nix. Ich dachte, der klatscht dann auf dem Boden, aber als er an 296, ja, ich hab schon mal 300 irgendwas geschafft, glaub ich, das ist die höchstmarke, die man irgendwas mit 300 oder so hab ich mal gesehen, kann man schaffen, ey! Ich hab's zwar selber noch nicht geschafft, man muss den Pinguin halt nur richtig treffen, dass der auf dem Boden so einmal aufhüpft sozusagen, ja, und dann an die, ja, komm! Ah! 298,3! Ah, ne, so wird's nix. Okay, fail! Der hat gefailt und wieder ein Fail! Komm! 300! Ja! Ja! 323,3 Meter! Das war mein bester Wurf! Okay, machen wir noch ein Fail! Hier, ah, ne, okay, das wird kein Fail, hey, der wird gar nicht mal so schlecht! Komm, wir haben hier Fail, hey! Fail! Und das war's mit Teil 1! Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video! Bis gleich, euer Daniel D'Dirty!